Ja, Censure ist ein globaler Anbieter von einer Content Management bzw. Smart Content Management Plattform. Das heißt, wir vereinigen Themen wie PIM, DAM, MAM, aber auch Marketing Resource Management und die komplette Steuerung eigentlich des Contents im Unternehmen auf einer Plattform, in einem semantischen Netzwerk. Das heißt, das Schamante dabei ist, wenn ich irgendwas am Content verändere, kann ich diesen Content auch in meinen Ausleitungskanälen gleichzeitig verändern. Das heißt, ich baue Silos in Unternehmen ab und reduziere somit Komplexität und mache mein Marketing effizienter und effektiver. Censure hat natürlich eine lange Historie und es gibt es seit über 15 Jahren mittlerweile am Markt. Auch das Thema Print ist uns nicht fremd, das heißt, wir haben auch eine eigene Print Engine sozusagen mit dabei, haben viele Kunden im Bereich Kundenmagazine, aber auch Verlagskunden. Und in den letzten Monaten und auch Wochen haben wir immer wieder die Herausforderung gehabt, gerade was die Automatisierung oder auch die Erstellung von komplexen Katalogen betrifft, da eine Lösung aufzuzeigen. Und durch die Partnerschaft jetzt eben mit Werk 2 und Print Promet als Ausleitungstool haben wir da eine optimale, sehr gute Lösung gefunden, wie wir eben einen größeren Kundenkreis jetzt bedienen und glücklichen. Ja, die Print Days, die Veranstaltung heute und morgen ist ein sehr guter Rahmen, ein sehr schöner Rahmen, wo wir jetzt auch die neue Partnerschaft quasi auf die Bühne stellen können, wo wir uns präsentieren können, wo wir gemeinsam auftreten können. Viele gute Gespräche, klasse Vorträge, alles in allem im Grunde veranstalten und denen Spaß macht. Vielen Dank für's Zuschauen.